So ein Amateurfehler, das... Ja, Rosberg stellt das Auto ab, Schwarzwut Goldkanal. Rosberg steht doppel... Okay, the incident will be investigated after the race, will be investigated after the race. So, let's go. Oh, you see, that's what I was going to say, and bim, because I found you extremely red in the braking, I don't know if you saw it, it was a... We've got Starship. I think they just turned in on me. I lost something on the front, I lost the front wing. I went to the... To the Marble, I understand now. Okay, we're ready for you. Fox now, Fox now. I crashed, Rob. Sorry, I didn't understand. We're ready for that. Hit the curve and then slid off the track and hit the wall, exit off last corner. Okay, let's go. кую! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stopped, I am okay. Sorry, what's my copy? Oh, oh oh oh! A legt whatever flew off the car there with a debris flying and bouncing across the track. Ja, das ist ein starkes Impact für Mark Webber da. Ja, es ist sehr schwer. Es ist ein starkes Impact. ... für 20 Minuten, als wir sehen die Re-Player von Massa entlang und auf die Circuit hier. So, es ist ein Raft von Radio Messagern zu den Drivers. So, Michael Schumacher sagt... Ich weiß nicht was passiert, aber es ist etwas zu erwartet. So, ich weiß nicht, was sie tun. So, ich weiß nicht, was sie tun. Greedy auf der Kürb. Und das ist der Punkt, wo man haltet, dass man einfach nicht wegkommt. Er ist, aber auf der Seite, nicht er? So, er... Ich weiß nicht, was Sie sich vertan med? Ich weiß nicht. Au这 wird Dä70答fen negro sein. il ist Ent wrap den In built den Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist eine sehr feste Körner, das eine. Und Ted hat eine Rheilung auf der Seite, das ist wahrscheinlich schon sehr wet, und sehr slippery, und er hat eine sehr feste Körner. Das ist wo er dann, oh, er hat sich auf den Inside, das ist interessant, das ist interessant. Der Problem ist, dass Massa, ich kann ihn nicht sehen, in diesen Blindspot, wenn er mir da ist. Untertitelung des ZDF, 2020